Ich zeige euch beim Publisher kurz, wie man Plakate erstellen kann. Ich habe jetzt hier ein leeres Dokument offen, allerdings ist das DIN A4 groß. Wir brauchen ein anderes Format, deshalb gehen wir hier auf Seitenentwurf, dann auf Format und hier kann man sich zum Beispiel schon mal ein DIN A3 Format auswählen, allerdings vielleicht nicht im Hochformat, sondern im Querformat. Und jetzt kann man beginnen, entsprechend zu gestalten. In den anderen Videos habe ich schon erklärt, wie man das mit dem Hintergrund machen kann. Ganz kurz, welche Dinge man beachten sollte, wenn man Plakate erstellt. Also zum einen die Farbwahl, Farben wählen, die entsprechend hervorstechen, die zum Thema geeignet sind. Natürlich ist dann hierbei auch der Hintergrund wichtig. Was ist beim Hintergrund für eine Auswahl getroffen worden? Ist das ein Foto, ist das ein Bild? Ist der Hintergrund einfarbig oder bleibt der entsprechend weiß? Dazu zum Hintergrund natürlich dann auch entsprechend die Hintergrundfarbe. Also wenn hier viel Weißanteil dran ist, dann habe ich natürlich einen entsprechenden Kontrast. Je unterschiedlicher die Objekte zum Hintergrund sind, desto besser treten die praktisch in den Vordergrund. Dann ist noch wichtig die Objektverteilung. Also wie positioniere ich meine Objekte? Sammelt sich die alle irgendwo in einer Ecke und hier habe ich die entsprechende leere Stelle oder kann ich die entsprechend so verteilen, dass das Ganze harmonisch wirkt? Dann natürlich wichtig die Schriftart. Hier gibt es Schriftarten. Manche kann man besser lesen, manche nicht so gut. Manche, die passen zum bestimmten Thema besser. Und natürlich dann das Thema Schriftgröße. Schrift sollte nicht so klein sein, sondern halt auch für ein Plakat dann immer gut lesbar. Was dann noch wichtig ist bei der Objektverteilung, die Objekte selber. Da muss man aufpassen, dass die entsprechend gute Qualität und Auflösung haben. Weil wenn ich zum Beispiel Objekte entsprechend aufzoome, dann habe ich hier so einen Pixeleffekt. Das wird natürlich noch krasser. Und das schaut natürlich unschön aus, wenn ich hier diese Ränder so zackig dann habe. Also hier dann darauf achten, dass die Elemente, die hier eingebaut werden, dass die entsprechend in der guten Auflösung vorliegen. So, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wie es beim Druck rauskommt. Da man das Ganze so unterteilt, hier wäre es vielleicht noch wichtig, dass man Folgendes macht. Dass man vielleicht einen Rahmen setzt, sodass man dann später genau weiß, wo man dann ausdrucken muss, wenn man hier entsprechend drei Blätter rausdruckt. Hier ist dann irgendwo die Grenze. Ich mache mal hier so einen Rahmen auf. Einfügen, formen, so ein Kästchen. Das Ganze darf natürlich nicht gefüllt sein. Also darum sagen wir Fülleffekt, keine Füllung. Wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, wie es aus dem Drucker dann rauskommt. Drucken. Hier hat er das ein bisschen verändert. Jetzt auf vier Seiten. Dann sieht man genau, wo wir dann später entsprechend das Ganze nachschneiden müssen, sodass wir dann eine entsprechende Plakatgröße bekommen. Ja, dann klicken wir auf Drucken und das Ganze wird ausgedruckt. Wenn man die Blätter dann ausgedruckt hat, dann legt man sie erst einmal aus und schaut, wie sie zusammenpassen, zusammengehören. Und am besten macht man dann Markierungen, wo die Blätter zugeschnitten werden müssen. Auf der einen Seite muss man sie zuschneiden, auf der anderen Seite, das ist dann praktisch die Klebelasche. Und mit der Markierung, da verhindert man, dass man vielleicht eine falsche Seite abschneidet und das Ganze dann nochmal ausdrucken müsste. So sieht man jetzt die Blätter zugeschnitten. Und hier sieht man schon, oben ist ein weißer Rand. Und da kommt praktisch der Kleber drauf und dann bei dem S, die Schnittkante, die passt dann genau gegenüber auf das andere Papier, sodass das praktisch einheitlich aussieht. Man legt das erste Mal so ein bisschen grob zusammen und schaut, ob das passt, ob nicht irgendwelche Blitzränder entstehen, also so weiße Streifen. Und wenn das dann entsprechend zusammenpasst, dann kann man anfangen, das Ganze zusammenzukleben. Aufpassen beim Kleben. Wenn man etwas zu viel Kleber drauf gibt auf dem unteren Rand, dann kann da Staub und Dreck hängen bleiben. Dann gibt es unschöne Schlieren auf dem Plakat. Und auf der Unterseite sollte man aufpassen, dass da kein Kleber drunter kommt. Nicht, dass das Plakat dann am Tisch festklebt. Ja, und wenn man die Ränder dann auch noch abgeschnitten hat, dann hat man praktisch ein fertiges Plakat. Wenn das Plakat dann fertig ist, dann sollte man es mal probehalber aufhängen und einfach nachschauen, ist die Schrift lesbar, sind die Objekte sichtbar, wie verhält sich das. Wenn ich etwas weiter weg gehe, kann ich hinten in der letzten Reihe, kann ich auch noch lesen, was auf dem Plakat drauf ist. Oder muss ich mich da entsprechend anstrengen und sehr kleiner Text, kann ich dann vielleicht nicht mehr lesen und dann vielleicht nochmal überlegen, ob man das eine oder andere ausbessert. Man kann ja auch nochmal mit dem Stift entsprechende Feinheiten nochmal auf dem Plakat unterstreichen, draufmalen, hervorheben, je nachdem, um dann ein entsprechendes Ergebnis, gutes Ergebnis zu erzielen. Okay.